servus leute heute ist es soweit meine erste molasse teste ich jetzt im tabak und ihr seid jetzt sozusagen live dabei so also was kann ich zum tabak sagen er ist geruchlich noch ein bisschen hinten dran sage ich jetzt mal also wenn man die dose aufmacht er riecht er riecht nach dem was er riechen soll aber ich glaube noch dass er etwas zu schwach dosiert ist kann ich jetzt nicht genau beurteilen das werden wir jetzt sehen in der session und wie lang wird es eben halten der erste zug ich bin genau so gespannt wie ihr ok bisschen ernüchternd schmeckt verbrannt schade 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 also der geschmack erinnert an einen tabak der jetzt schon eine weile im kopf ist scheinbar müssen wir hier die aromamenge erhöhen und ja dann muss ich mir noch mal gedanken machen wie ich eben meine konzentrationen veränder wie gesagt es riecht deutlich schwächer als die meisten tabake die man sonst so kennt wie die riechen servus leute heute gibt es mal wieder ein neues video von mir heute sind wir jetzt beim molassertest 6 das heißt ja die himbeere riecht jetzt sehr intensiv ich habe noch einige anpassungen treffen müssen wir wir sind jetzt mittlerweile bei 0,5 das heißt wir brauchen eigentlich statt 0,8 0,5 das heißt die ja die das aroma hat sich um 30 prozent erhöhen er hat natürlich auch die kosten in die höhe getrieben aber der geruch ist deutlich besser ich baue jetzt mal würde ich sagen bin ich gespannt ebenfalls so wie ihr wie der geschmack ist ein sehr süßer geschmack erstmal ich habe die pfeife vorher schön ausgespült und eben gereinigt dass eben der geschmack sich nicht so arg verfälscht durch geschmäcker die vorher drin geraucht wurden die himbeere ist gerade noch ein bisschen dezent hinten dran aber sie wird mit jedem zu besser ja auf jeden fall ein guter geschmack ist es eine sehr süße himbeere habe ich mir da gemischt wir haben jetzt 20.10 Uhr wir werden dann mal schauen wie lang die pfeife so hält und ja also wir sind jetzt mit den kosten bei dieser pfeife bei ähm für diesen für diese mische hier äh sind wir jetzt kosten punktmäßig bei circa 5 Euro allein fürs Aroma pro 100 Gramm er pro 200 Gramm Tabak das heißt 5 Euro Aroma äh noch ein paar Cent für das Glyzerin noch äh auch wieder nur ein paar Cent für den Tabak das heißt man ist noch bei ja wo sind wir bei 7, 8 Euro pro 200 Gramm Tabak den man selber gemacht hat natürlich muss man bedenken man hat einen Haufen Aufwand den Tabak zu bearbeiten weil wenn man ihn eben äh fertig kauft ist er auch wieder teurer ähm man hat einen Haufen Aufwand bis man mal seine Mische zusammen hat also ich hab äh ja ich denke 20, 25 oder 30 ich weiß nicht genau wie viel es waren ich hab halt auch kleine äh Probepackungen Aroma gehabt das heißt äh ihr werdet vielleicht auch mal einen Fehltritt haben das heißt ja pro Aroma habt ihr da locker mal 50 Euro sag ich mal roundabout äh äh los bis ihr äh die richtigen Aroma habt die euch schmecken äh äh der Kopf wird jetzt auch nicht jedem schmecken bin ich mir 100% sicher die äh die Himbeere kommt gut durch also sie ist sehr intensiv so wie man das gerne hat äh äh heutzutage früher waren die Geschmäcker ja äh ja man hat geraten was man eben raucht aber genauso süß ist er auch äh bin ich ein bisschen überrascht äh bin ich ehrlich weil äh in der Dampfer hat es eben andersher geschmeckt da war es mehr hintergrundlastig und hier ist diese Süße sehr stark in den Vordergrund gerückt äh das heißt äh äh es ist auf jeden Fall geil rauchbar dem einen wird es jetzt zu süß sein äh ja das sind äh dritte Weltprobleme sag ich mal erst erste Weltprobleme also ein sehr vollmundiger Himbeergeschmack ist es jetzt ähm er liegt sehr gut auf der Zunge äh gefällt mir wirklich sehr gut wie gesagt es ist der sechste Versuch jetzt mittlerweile da äh habe ich eigentlich sowas schon erwartet ich habe schon gehofft beim dritten beim vierten Versuch äh da werden die ein oder anderen vielleicht auch mehr Versuche brauchen ob das jetzt eben schmecken würde ist ja wie gesagt er ist sehr süß aber er schmeckt sehr intensiv nach dem was er schmecken soll die Frage ist eben wie lang hält er denn ähm ähm weil das äh hat man oft bei selbstgemachten Tabak dass man ja äh äh die Rauchdauer man hat zwar diese Intensivität aber scheinbar sind auch irgendwelche anderen Stoffe oder andere anderen Verfahren angewandt worden um eben die Rauchdauer auch eben auf eine Stunde oder eineinhalb zu trimmen was hier jetzt vielleicht nicht der Fall sein könnte ähm natürlich ist auch eine längere Einziehzeit positiv für die Rauchdauer also die Gesamtrauchdauer für den Tabak und äh auch die Hitze und eben das Setup macht eben einen großen Unterschied aber jeder soll da mit dem Setup brauchen mit dem er am liebsten raucht das ist eben meins äh ich muss hier eigentlich erst nach 20-30 Minuten mal was machen am Kopf und kann deswegen die ganze Zeit entspannt rauchen ähm ähm man hat so ein leichtes Verbrennen am Ende beim Ausatmen das müsste man vielleicht noch ein bisschen in den Griff kriegen ja ja so so ist es so verbrennen weniger verbrennen eher so ein Tabak Grundgeschmack der noch drin ist äh äh nochmal zum Tabak äh den habe ich zweimal gewaschen und nochmal zum Tabak den habe ich zweimal gewaschen hab ihn äh ja dann getrocknet zerkleinert einfach um äh das Aroma besser raus zu bringen weil ich eben ja noch keine Ahnung habe wie genau das sich äh auf Tabak verhält ähm ob man es machen muss kann ich euch tatsächlich nicht sagen äh werde ich auch nochmal Test machen mir ist halt aufgefallen dass wenn ich selber irgendwas einlege und der ist umgewaschen nachdem habe ich schlechte Ergebnisse gehabt äh ja weil scheinbar das Aroma halt die Molasse die ich zusammen gepanscht habe eben ähm ähm irgendwelche Adjektive oder sowas gefehlt haben die eben dafür gesorgt haben dass auch ungewaschener Tabak damit äh klarkommt wir haben einen sehr sehr starken Geschmack also es ist wirklich so wie man es sich wünscht wenn man eine Tabakdose aufmacht dann sagt ich will jetzt Himbeere rauchen und es schmeckt wirklich eins zu eins wie eine Himbeere eben halt nicht wie eine natürliche Himbeere sondern eher weil sie eben so süß ist geht sie so in die Richtung von einem Himbeersmoothie sage ich mal äh von von einem Himbeertrop oder sowas aber auf jeden Fall rauchbar gut rauchbar ähm ich würde jetzt einfach mal Pause machen Cut und äh ja dann wieder einschalten wenn wir dann so am Ende sind so Leute da bin ich wieder wir sind jetzt äh eine Stunde später seitdem der Kopf an ist und ich muss sagen er läuft noch er läuft noch also ich bin sehr positiv überrascht von diesem äh Aromatest äh von diesem eigenen Molassetest den ich gemacht habe jetzt ähm ähm vorerst wieder mal so bleiben der Geschmack der ist äh ist die Nummer eins jetzt bei mir für die Himbeere man kann vielleicht noch kleine Nuancen ändern ein bisschen weniger süße äh ein bisschen säuerlicher vielleicht noch äh das ist ein bisschen ja interessanter zu machen sage ich mal aber man merkt jetzt langsam er geht dem Ende zu also er ist jetzt nicht mehr ganz so frisch äh der Tabak verbrennt langsam äh ja die Kohle wird auch deutlich kleiner aber aber im Großen und Ganzen war ich sehr zufrieden mit dem Test äh verbraucht habe ich jetzt hochgerechnet knapp wie viel waren es über 20 Prozent das heißt ja ergibt 37 38 Milliliter pro äh ja 100 also pro 200 Gramm fertigen Tabak wenn man mit 40 Gramm trockenem Tabak rechnet kann natürlich variieren wie trocken oder feucht ihr den eben haben wollt ähm ja damit äh könnt ihr euch ungefähr dann ausrechnen ich weiß nicht ob das jetzt bei jedem Aroma natürlich so der Fall ist ähm ähm also es ist schon eine Stange an Aroma die benötigt wird hier aber natürlich kann man damit jetzt habe ich jetzt damit auch ein Ergebnis wo ich sagen kann ja das äh das kann ich äh äh freund also das kann ich mit Freunden abends zusammen rauchen und wir haben Spaß beim Rauchen sage ich jetzt mal und nicht äh ja da hustet jeder ähm wie schon gesagt sind wir ungefähr bei 5 Euro allein für das Aroma jetzt äh in dem Fall ähm äh viel äh Sparpotenzial habe ich äh nach oben gar nicht mehr also äh es gibt noch eine größere Einheit äh aber da sind die Kosten minimal geringer äh ich habe die Kosten jetzt auch gerechnet mit Versandkosten weil äh manche Leute rechnen sich so schön die brauchen ja keine Versandkosten und sonstiges ja äh aber je nachdem wo ihr euer Zeug eben her bekommt sind die Versandkosten ja deutlich höher wenn wir jetzt äh zum Beispiel aus China irgendwelche Aroma und meine sind jetzt nicht aus China meine kommen äh aus äh aus äh Großbritannien da sind sie etwas günstiger ähm ja und da hat man eben hohe äh äh Versandkosten also ihr zahlt zwar wenig habt aber hohe Versandkosten und das muss ich alles äh muss man natürlich alles gegenrechnen ähm wenn jemand Interesse hat an an dem Geschmack kann er mir gerne mal schreiben äh natürlich bin ich nicht der Weihnachtsmann und äh verschenkt das Zeug also seid da nachsichtig ähm aktuell habe ich nicht mehr viel äh für den übrig also es werden nicht viele davon äh kosten können wenn sie das wollen äh ja weil ich eben nur noch begrenzt äh Material da hab der nächste äh äh das Step wird dann sein die Erdbeere äh zum Laufen zu bringen die dampfe ich jetzt auch schon wieder nebenher äh guck äh kann man da ähnliche oder gleiche Mischverhältnisse machen wie gesagt jetzt hab ich meinen ersten Prototyp der läuft man kann ihn natürlich noch verbessern man kann gucken kann man noch äh ja Mischen natürlich mit irgendwelchen anderen Geschmäckern wie ja was gibt's alles ähm irgendwelche Shake 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 Geschichten bei Himbeere gibt's ja und äh aber auch eben später vielleicht auch mal mit der Erdbeere mischen ob das dann eben ein guter Match gibt und ich hoffe euch hat das Video gefallen ihr habt ein bisschen was äh gelernt und äh ja zum Abschluss also der Geschmack ist immer noch gut ich hab jetzt gerade keine Uhr ich geh mal stark davon aus dass nochmal 5 Minuten rumgegangen sind also eine Stunde Ich hoffe euch hat das Video gefallen bei Fragen und Anregungen stellt sie in den Kommentaren liked das Video teilt das Video und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal euer Shisha Josh